Mir ist es wurscht, was ihr schreibt oder was auch geschrieben wird, weil ich weiß, dass ich zu 100% zurückkommen kann. Ich habe es bewiesen, ich brauche es mir nicht mehr beweisen, weil ich es weiß. Von dem her könnt ihr weiterhin schreiben, was ihr wollt, aber so als derjenige es andenken, man muss ein bisschen aufpassen, was man schreibt, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist.